Oh, da hält er die Banane. Warte mal, wollen wir dann gleich, wenn ich 3 zu 1 runterzählen, wollen wir dann gleich Hallo sagen oder wollen wir im Spiel? Also, dann rennt ihr die Zeit schon, oder? Genau, also mach, ne, ich drücke, wenn du runtergezählt hast, drück ich. Okay, passt, gut. Okay, bist du ready? Ja. 3, 2, 1, ha, nun herzlich willkommen zurück in eine neue Folge von Mount Your Friends mit den lieben Dalu-Card. Guten Tag, Kapuze. Und ich bin auch dabei und wir haben uns super ein Prachtstück in der Steam-Bibliothek rausgesucht. Ich bin erst Mount Your Friends und ich will sagen, Dalu, bist du bereit? Ich bin bereit, Kapuze. Wir haben uns schön die Charakter ausgesucht. Wir haben die schönsten, sehr schön, genau. Wir haben die schönsten Charakter ausgesucht. So, ich bin gespannt, let's go. Los, ich warte auf dich. Oh, wer fängt an? Die Anne fängt an. Die Anne fängt an. Und nach dem Start habe ich ihr ein schönes Tattoo gegeben. Die Anne mount, das heißt Mount Your Friends. Die Anne besteigt die Ziege, sie kann es kaum erwarten. Oh, oh, da hält sie sich aber hoch. Hier, hier, da ist sie bereit. Oh, da haben wir den, da schauen, da kommt Xenex. Xenex ist sie unterwegs. Los, Xenex. Da steht die Freundin ins Gesicht. Oh, oh, da packt er auch schon die Hände. Oh, aggressiv ist er hier. Da steht die Banane. Oh, oh, oh. Schau, wo die Anne die Hände hat. Hier kommt der Grants von oben. Weißen wir gleich, das sind Freunde, die beiden. Die haben viel gemeinsam. Ja, da freut er sich, der Grants. Hier komme ich, Anne. Dieser schöne Klatsch. Hör mal. Oh, oh. Oh, Anne, an den Achselhaaren hält er sich fest. Xenex, halt mich, Xenex. Xenex. Ah, du kommst nicht dran. Oh, oh, oh. Oh, in die Balls hat er mich. Oh, 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 oh. Oh, da hält er die Banane. Schmeckt dir das, Xenex? Oh, nicht nervös werden. So, musst du da hin. Oh, nein. Und du hast so nach 18 Sekunden Ende deinen Zug. Oh, oh, oh. Oh, da komme ich selbst. Oh, hier mit meinem astralen Körper. Mit dem Herz und dem Hals. Und da sind wir zuerst meine Ding Dong. Schau. Meine Technik ist unübertroffen im Klettern. Ey, Anne, komm doch her. Okay. Anne, hilf doch. Ja, Anne steht unbeträchtig. Welche? So muss das gehen? Oh, oh. Da wurde ein gewaltiger Schritt gemacht. Und jetzt. Oh. Gib dem Kite in die Grenze die Hand. Nee, nee, nee. Xenex, zieht mich hoch. Xenex, zieht mich hoch. Er hält dich, aber stramm. Oh, da kommt der Maru. Da kommt der Maru. Ich habe dem Maru eine passende Farbe gegeben. Oh, oh, Maru. Oh, wird er den Siege erklimmen? Der Maru kann das. Am Rockzipfel von Anne. Wie ein Atlet. Ui, ui, schwenkt er sich. Grants, halt mich mal. Oh, shit. Grants und Xenex sind immer noch am besten. Oh, sieben schon. Oh, nein. Oh, ich habe das mal gut. Halt dich an seiner Glatze fest. Halt dich. Das war jetzt aber gut. Halt mich, Grants. Ich steige nicht. Ich habe mich vom Gesicht wegsteigen. Der Maru nimmt kein Blatt vor den Weg. Oh, no. Oh, lechte Koalition. Oh, kommt der da nochmal hoch? Jetzt. Und. Übertrungen. Oh, so, hier, so. Schau, wie sich freut. Warte mal, ich mache mir eine Brücke. Hier, so. Maru freut sich nicht. Oh, hier kam noch die Shigo. Und da kommt die Shigo. Hast du auch ein Glatze gesehen? Das war die richtige Technik hier. Das ist die Crawler-Technik. Ja, halt dich am Schwänzchen an, bitte. Das ist eine gute Freude. Die berühmte Crawler-Technik. Aber ich habe eine Frage, sich noch niemand gestellt. Warum mounten wir eine Ziege? Das ist so. Oh, ist eine Chance. Halt, 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 Shigo, doch, Halt sie doch. Okay, warte. Der Arm, der Arm. Der Arm, da hat sie den Beatser. Der war wichtig. Oh. Und jetzt rum. Oh, schau, der Maru. Der Maru bietet genug Fläche. Das war gut. Im Gesicht. Im Gesicht. Komm. Komm, jetzt noch rum. Das Füßchen des Strahlen. Komm schon. Das zarte Beinchen. Oh, jetzt. Ja. Oh, da komme ich. Da komme ich. Ich habe den Vorrat ausgefehlt. Ich habe mich. Oh, was macht er da für eine Technik? Was, eine geheime Technik? Oh, der Ziege am Mund. Ich rolle mehr. Ich bin wie eine Spinne. Die Crawler-Technik hat er aus unserem Team abgekommt. Oh, 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 oh. Oh, da muss ich mich jetzt aber rad halten. Oh, die Brücke. Oh, 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 sorry, Maru. Woran hängt er sich da denn fest? Es ist nicht so, wie es aussieht. Warte, ist das B? Ja, das ist B. Oh, 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 und jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich mache X nach unten, dann habe ich mehr Fläche, so. Und A nach oben. Ich bin der König der Welt. Oh, 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 oh. Oh, da kommt die Schiko wieder. Oh, da kommt die Schiko wieder. Die Crawler-Technik. Den Kanten freut. Der hat's gefallen, man merkt. Schau, wie es sich riecht. Die berühmte Crawler-Technik. Aber wir haben hier keinen, der uns hochzieht. Das ist das Problem. Ja, hier ist blöd, gell. Hier ist blöd. Da fehlt was. Wir haben hier schon Probleme. Unten sieht man, wie die Erfahrung noch nicht da war, weißt. jetzt aber der Xenix der hält die Band, der hält ja die zusammen oh 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 los Shiger, Halt dich an dir fest on the ass on the ass oh Gott oh Shiger oh oh gut gecrawled gut gecrawled David der Rasierer überflüssig okay wir sind im Rennen komm mach deine Brücke nach unten der Spagat wo wirst du dich da wo anhalten in der nächsten Runde ich kann oh oh da kommt wieder ich ich freu mich auch schon warte mal oh auch dein Kamm hier warte mal und hopp und wo wir haben so Saugnöpfe in den Beinen ist er aufgehört zack das hab ich noch nicht gemerkt oh wie er da hängt im Spagat das wird nix die Arne freut sich die Arne freut die Arne hält übrigens alle weil Arne ist ja das Biest oh mein die Arne die Arne die Arne die Arne mit einer Hand da hängt ja Arne wirklich das Biest oh ah 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 oh da ist gar kein Platz mehr der kommt doch nicht durch oh da kommt doch gar nicht durch warte 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 ich du warst eh mal du warst ich wusste immer auf dich ich kann mich verlassen wie komme ich mit B ja oh 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 da eine Brücke da oh schau 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 nein ja er hat es nicht guck durch den Turm an oh der Turm der ist schön ist er schau der Maru der Maru der Maru der einzig Pink in der Armee oh Julia war gar nicht da oder Julia war gar nicht da Julia kam ich meine meine Geheimwaffe hat Julia vorbereitet gehabt ja die ist dabei auch die hat hier ja machen wir erst ein paar Dänder oder ich meine das waren elf Minuten waren schon so lange waren elf Minuten ja Gott ey ist immer so spart war ein schönes Spiel oder auf jeden Fall also den kann man viel 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 Geschichte abgewinnen finde ich also das ist auf jeden Fall ein Spiel das wie wahre Freundschaft zeigt sich auch erst bei der Unterhose das Spiel der Zusammenhalt das Verbrüden ok dann wenn es euch gefallen hat dann gebt uns einen Daumen hoch ich sage danke an die DadoCard ich sage danke an Kapuze und wir sehen uns dann beim nächsten Part macht's gut Leute tschüss tschüss ok wollen wir tschüss